Die Musikvideos Okay, El, wir rufen den jetzt einfach an. Ja, aber dann finde ich das richtig. Okay. Klinge ich so wohlhabend? Ja, definitiv. Der ursprüngliche Plan für das Musikvideo zu Deutsche Wohnen war, dass wir in möglichst hochpreisigen Immobilien ein Video drehen, ein Musikvideo, ganz klassisch. Haben wir Angebote eingeholt und festgestellt, dass wir uns das aktuell überhaupt nicht leisten können. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das dann und haben beschlossen, wir geben uns als junge Firma aus. Kryptowährungen, dies das. Und schreiben einfach mal so ein paar Makler an, ob wir besichtigen können. Guten Tag. Hallo Herr . Mein Name ist . Wir hatten schon Kontakt per E-Mail. Es geht um die Immobilien, die wir gerne angucken und eventuell mit der Firma anmieten wollen würden. Jawohl, da hatte ich Ihre Unterleidung durchgeschaut und das sieht alles soweit sehr gut aus. Wie würde Ihnen denn eine Besichtigung am nächsten Donnerstag passen? Ja, da müsste ich einmal kurz in den Kalender gucken. Mhm. Donnerstag, ab 16 Uhr, das würde uns gut passen. Kämen wir dann ... Ja, das kann ich anrichten. Vom Business Dinner. Mhm, direkt rüber. Ja, perfekt. Dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Vielen Dank. Sonderbar, sehr gerne. Tschüss. Hat geklappt, jetzt hängen wir uns Kameras um und drehen ein Musikvideo. Wir wissen davon, der Makler nicht. Das wird spannend. Besser. Auf jeden Fall ist es wieder nach hinten, ne? Ja. Hallo, hi. Machen wir so, oder? Ja? Ja. 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 Wie sehen wir uns genau ... Ja. 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 So. Ja. Ja. Das ist Es gibt nur einen Weg, ich muss Vermieter sein. So, du kannst hier schon einen guten Überblick verschaffen. Jetzt schauen sie sich doch immer noch alleine ein bisschen. Super, danke. Ja, das ist sehr gut. Vielen Dank. Vermieten kann jeder, denkt jetzt schon an später. Niemals war es leichter, wer reich war, wird reicher. Ja, reich, reicher, am reichsten, auch er muss was leisten. Es ist ihm doch zu gönnen, muss so weit zählen können. Ich bring alles mit, um als Vermieter was zu reißen. Ich bin gut, um mich nicht kümmern und sehr schlecht zu erreichen. Ich hasse jede Form von Tieren, Studenten hasse ich auch. Komm mir bloß nicht mit Gitarren, krieg ein Kind und du fliegst raus. Krieg ein Baby und schon bist du obdachlos. Und ja, es klingt so einfach, wenn sich Geld von selbst vermehrt. Doch ich habe mir das alles über Jahre hart ererbt. Du denkst, du denkst, die Mahnungen, das könnte jeder tun. Dann lauf mal ein paar Meilen in meinen Segelschuhen. Vermieten kann jeder, denkt jetzt schon an später. Da, niemals war es gleich da, wer reich war, wird reicher. Reich, reicher, am reichsten, auch sie muss was leisten. Es ist dir doch zu gönnen, muss so weit zählen können. Grundbesitz und Kapital muss ich wieder lohnen. Und wenn andere lassen für sich arbeiten, ich lasse für mich wohnen. Ich bring den Müll raus und verdiene dabei Geld. Ich mache eine Fahrradtour und verdiene dabei Geld. Ich bin in einem Windkanal und verdiene dabei Geld. Ich habe Geld verspielt und verdiene dabei Geld. Ich mach jetzt Podcast und verdiene dabei Geld. Ich verliere bei Monokomien. Ich schredder meinen Banksy selbst. Ich schredder generell recht viel und verdiene dabei Geld. Hallo Herr F***er hier. Ich wollte mich nochmal für die nette Besichtigung letzte Woche bedanken. Und mich kurz vergewissern, dass meine Mail noch angekommen ist, die ich Ihnen zugesandt hatte mit den zusätzlichen Informationen zum Objekt. Ich würde Sie daher um einen zügigen Rückruf bitten, weil Sie sich ja wahrscheinlich denken können, dass eine solche Immobilie eine gewisse zeitliche Sensitivität aufweist. Ich danke Ihnen und einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch.